Glück ist ein Zustand, der kreiert wird durch die Dankbarkeit für das, was gut ist, für das, was ich habe. Die Wertschätzung, das Bewusstsein zu haben für die Dinge, die gut laufen, wie zum Beispiel, ich gehöre zu 3% der Bevölkerung auf dieser Erde, die jederzeit satt werden, die immer sauberes Wasser haben zum Trinken und zum Duschen. Und wenn ich meinen Fokus dahin lenke, unterstütze ich mich dabei, mich mehr glücklich zu fühlen und ziehe meinen Fokus von den Umständen ab, die gerade nicht so gut sind. Weil wenn ich erst warte, dass alles gut läuft, ich genug Geld habe, meine Beziehung perfekt läuft, ich die perfekte Figur habe, wenn ich wirklich darauf warte, dass die schlechten Dinge nicht mehr da sind, dann gebe ich den Umständen meine Energie, auf die ich wahrscheinlich keinen Einfluss habe. Und wenn ich dann nur warte, wie kann ich dann glücklich sein?